so am 28 januar 2016 der erste frühlingstag wie wird es jedes jahr ein bisschen früher die winterlinge blühen aber schon seit ein paar tagen aber heute ist das erste mal flugwetter die erste trachtpflanze ist da der winterling also gehen wir davon aus dass die bienen fliegen bei 16 grad im schatten am 28 januar schauen wir mal die damen sich raus getraut haben heute so gehen wir mal zu den bienen mal gucken wie es da aussieht so 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.